Walter, schau noch einmal her, bitte. Es ist unglaublich. Stell dir vor, ich erklär nur kurz dem Walter die Szene. Großen Augenblick, stell dir vor. Krieg, Bombenknollen, Schützengräben, kurze Kamikaze-Attacke. Dem Kaiserjäger Kinian Kemenata knallt eine Kanonenkugel direkt ins Knie. Knack, Bein weg. Blut, Schnee, Geschrei, dahinter die drei Zingen wieder, so kurz. Produkt-Placement, Kilian Kemenata schreit auf. Ein Soldat weint nicht, weint nicht, stirbt aber. Verreckt, erbärmlich im Dreck. Cut, nächstes Bild, seine Frau daheim im Bett. Schreckt auf, Schweißgeborene, Jesus Maria, der Kilian ist tot. Ich spür's, Dramatik pur. Schwenk, du daneben im Bett. Auch Schweißgeborene, vom nächtlichen Beischlaf allerdings. Kaltes Interruptus, eh klar. Überblendung, deine Frau. Verheiratet, Achtung. Situation. Wartet barfuß im kalten Schnee. Dahinten eine kleine Krankenkasse in Kinder. Die kreischen, Papa, komm home. Krieg, Cholera, Kalt, Rückblende. Auf, die Walter. Während hinter dir das Kaminfeuer knistert und du deckst zu ihr. Kommt Kati Kemenata. Du knochige Zicke. Nog ein Knollen die nomen richtig doch. Richtig doch. Applaus Frau StottenDI Achtunger. Arb Kekas ragu. Gag. Falt 15 1. Uuu Maar. Ein 3. Das istồngz 04.